Die ersten Storyquests von Season 4 erscheinen zwar bald, und zwar nächste Woche Dienstag um 15 Uhr, aber wir haben neue Fundaufträge bezüglich Gwenpool. Und die werden auch nicht im Questmenü angezeigt, denn dafür müsst ihr zum neuen Ort, The Raft, und zwar genau hierhin. Denn das ist eine kleine abgelegene Insel, eine eigene Gefängniszelle von Gwenpool. Und sie, wie ihr wisst, ist wie Deadpool in der Lage, die vierte Wand zu durchbrechen, also mit uns zu reden. Sie weiß, dass sie in einem Videospiel ist und nur ein fiktiver Charakter. Ihr seht gerade, auch ein anderer Spieler ist hier und ihr könnt zuhören quasi. Also ihr müsst einmal damit interagieren, also Viereck drücken in meinem Fall, dann sagt sie, natürlich wurde ich absichtlich gefangen genommen, solche Dinge stoßen mir nicht zufällig zu. Aber Fakt ist, Freunde, dadurch könnt ihr einen Auftrag, einen geheimen Auftrag freischalten, wo ihr am Ende mit einem ganzen Level-Up belohnt werdet. Das heißt, ihr könnt ein ganzes Level bekommen und ihr müsst jetzt auf jeden Fall Gwenpool dabei helfen, ihre Mission bei The Raft abzuschließen. Ihr habt insgesamt zwei Wochen und drei Tage dafür Zeit. Das müsste bis zum übernächsten großen Update sein. Ich bin hier, um Infos zu sammeln. Außerdem ist das hier auf der Insel der beste Platz für Camper. Also ihr seht, Freunde, ein sehr humorvoller Charakter, deswegen mag ich sie auch sehr, genauso wie Deadpool. Hilfst du mir bei meiner Mission oder willst du nur meine Position verraten? Und jetzt müsst ihr einen ID-Chip von einem Handlanger erhalten und ihn zu Gwenpool bringen hierhin. Danach bekommt ihr 15.000 XP. Dann sagt sie auch noch, die Wachen hier haben ID-Chips voller vertraulicher Daten dabei. Erledige eine Wache, klaue ihren ID-Chip und bring ihn mir. Verstanden. Das ist auf jeden Fall unser nächster Auftrag. Der wird auch oben links angezeigt in mehreren Phasen. Das ist der erste Teil nämlich. Also geht ihr zum Gefängnis und sucht ein NPC aus. Ich denke mal, der Boss funktioniert auch, aber ihr braucht euch jetzt nicht die Arbeit schwer zu machen. Zum Beispiel hier einfach die Wache eliminieren, damit sie ja niedergestreckt. Aber passt auf, Freunde, dann werdet ihr gejagt und dann sammelt ihr den Chip auf, den die Wache fallen gelassen hat. Und jetzt geht ihr zurück zu Gwenpools Gefängniszelle und bringt ihr diesen Chip. Dann sagt sie, du hast den ID-Chip super. Ich extrahiere die Daten und sehe, was ich finden kann. Schau später wieder vorbei, aber gib nicht meine Scharfschützenpositionen preis. Ich will vor Saisonende noch den Unreal-Rang erreichen. Ihr seht, Freunde, also sie weiß, dass sie in Fortnite ist. Und dadurch haben wir auf jeden Fall den ersten Teil ihrer Quests abgeschlossen. Und hier sagt selber, Freunde, könntest du im nächsten Match wiederkommen, also müssen wir eine neue Runde starten für Teil 2 ihrer Quests. Diesmal sagt sie dann, gute und schlechte Neuigkeiten auf dem Chip waren einige Infos, aber nicht alle, die ich brauche. Du musst Dooms Passwort nutzen und dich für mich in die RAV-Systeme zu hacken. Übrigens lautet es Cynthia. Cynthia ist der Name seiner Mutter. Das Passwort meine ich. Da mag wohl jemand wirklich seine Mami. Und damit beginnt dann auch Phase 2. Diesmal müssen wir uns in einen Computer hacken und dann das Passwort eingeben. Das wird dann auch mit einem Ausrufezeichen hier oben markiert. Übrigens mit Season 4 gibt es wieder mal die Laserschranken, falls ihr das verpasst habt. Und hier ist einer dieser Computers, also müssen wir den Speicherstick anschließen. Und wir haben hier sogar Susan Storm als Passwort, also Sue. Danach Valeria, das seine Liebespartnerin ist. Und Cynthia, danach steht hier Willkommen, Victor. Und Victor von Doom ist ja sein echter Name in den Marvel Comics. Und jetzt müssen wir zu Gunpool zurück. Dann sagt sie, du hast den Stick und nichts darauf ist verschlüsselt. Ich dachte, der Typ wäre ein totales Genie. Was soll's, lass mich einen Blick darauf werfen, komm später wieder. Glaubst du, seine Bankpasswörter sind da drauf? Ich will mir ein Boot kaufen. Und jetzt sagt sie auch wieder, wir müssen in der nächsten Runde wieder zurückkommen. Und beim letzten Mal sagt sie, so letzter Schritt des Plans. Du brichst beim Raft ein und clost ein paar Computerchips. Ich bleibe hier und erledige Anfänger, bis sich das Sturmauge zusammenzieht. Ja, zu jeder, Gerne. Richtig geile Witze hier. Shuri bekommt ihre Chips. Du deinen Ruhm und ich schließe meinen Battle Pass ab. Alle gewinnen. Und auch hier bekommen wir wieder 15.000 Erfahrungspunkte. Somit startet der nächste dringende Auftrag. Da wird es mit einem Ausrufezeichen markiert. Also wir müssen Elektroteile aus Kisten bei The Raft stehlen. Einmal hier die Kiste öffnen. Dann kommen so Elektroteile raus. Aber das müssen wir dreimal wiederholen. Dann Nummer zwei auch aufsammeln. Und dann auch Nummer drei. Dann haben wir das Ganze gemacht. Jetzt müssen wir zurück zu Grandpool wieder einmal. So Freunde, nachdem ihr alle drei Chips eingesammelt habt, gehen wir wieder zurück zu Grandpools Gefängniszelle. Und mal gucken, was sie dann diesmal zu sagen hat. Und dann haben wir automatisch auch diese geheime Questline abgeschlossen. Sie sagt perfekt, genau solche Chips will Shuri haben. Glaube ich. Sie hat irgendwas von RIS-Technologie gesagt. Und dann habe ich nicht mehr zugehört. Jedenfalls tolle Arbeit. Und jetzt machte ich vom Acker. Ich muss meine täglichen Aufträge erledigen. Ja, und dann haben wir ein ganzes Level abbekommen, Freunde. Ihr seht, wie ich jetzt diese richtig vielen Erfahrungspunkte bekomme. Und das war es dann erstmal. Und tatsächlich hat es auch ein bisschen was mit der Story zu tun. Ihr habt gerade gehört, RIS-Technologie. Das hängt ein bisschen was mit den RIS-Leuchtfeuern zusammen. Vielleicht will ja Shuri, die eine Verbündete von Hope und Jones ist. Und natürlich auch vom Orakel, also allgemein auf der Heldenseite ist. Neue Helden vom Marvel-Universum auf die Insel holen. Um noch mehr Verstärkung gegen Dr. Doom zu haben. Ist ja nun meine Vermutung. Wir werden das ja bald sehen, wie die Story dieser Season sich entwickelt. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Wenn ja, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und ansonsten noch viel Spaß in Season 4. Ja.